So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück bei The Elder Scrolls Online. Wir sind hier mitten im Örtchen und sollen die Leute retten. Ein bisschen Feuer löschen und so weiter. Und das werden wir machen. Und zwar, da vorne ist nämlich noch ein... Was? Aber wir müssen diese Feuer irgendwie löschen. Sonst teilen wir ihr Schicksal. Und jetzt ist Feierabend. Letzte Schlacht. So, bitteschön, Feierabend. Mensch, du hast was Schreckliches. So, der ist mal löschen. Vielleicht löschen hier. Löschen. So, jetzt können wir hier reden. Ach, da ist noch ein Nervensegel. Ja, wir gehen auf. Ja, ja. Du siehst böse, böse aus. Was ist jetzt passiert? Nee. Was ist... Also, das war nicht geplant. Das war wirklich nicht geplant. Also, jetzt bin ich ja wirklich von den Socken. Warum sind wir denn gestorben? Äh. Also, das fand ich jetzt nicht so gut. Das ist jetzt aber... Also, das finde ich jetzt aber... Gemein. Also. Da habe ich ja nur überhaupt nicht mit gerechnet. Dass wir da auf einmal... Habe ich nicht im Auge gehabt. Ich habe es nicht im Auge gehabt. Ach, wie doof. Gut, laufen wir da nochmal hin. Das ist ja gleich um die Ecke. Nein, wie doof. So, komm, mein Guter. Wo ist der, mein Helfer? Ich hatte meinen Helfer nicht. Der absorbiert das ein bisschen. Mistkrücke. Elende. Was ist dabei? Nur das. Okay. So, wir löschen das Feuer hier mal. Fix. Und jetzt kann ich mit ihr reden. So. Dann. Ja, ihr müsst zurück zur Mühle gehen. Alles versucht. Aber ich konnte nur diese eine Einwohnerin retten. Ich sorge dafür, dass wir beide es zurück zur Mühle schaffen. Super. Das ist ein guter Plan. Nein. Perfekt. Meine wunderschöne Tochter. Bitte sag doch etwas. Es geht dir doch gut, oder? Es muss dir einfach gut gehen. Wir müssen gehen. Wir können nicht länger hierbleiben. Böse, böse. Eure Tochter ist tot. Wir können sie nicht einfach so zurücklassen. Ich muss mich verabschieden. Schrecklich. Schrecklich. So, was machen wir? Wir müssen da oben nochmal hoch. Wir müssen da oben hoch. Da ist noch einer mehr. Den werden wir auch mal holen. Ach, du grüne Frau. Warum bin ich denn gestorben? Sag mal, ich habe da echt nicht drauf geachtet. Wie doof. Ich muss mein Auge immer irgendwie doch so ein bisschen in Richtung... In Richtung... Ähm... Wo... Wo ist denn hier noch jemand? Laut Karte? Da ist denn... Was ist hier denn? Ah. Wir haben ein Buch entdeckt. Alles klar. Und ein Rucksäckl. Oh. Rachenputzer-Tee. Wir haben ein Rezept entdeckt. Oh, wie schön. Doch, Rezept. Wo ist der Rezept? Rachenputzer-Tee. Das nimmt genutzt wieder nochmal auf. Wir haben wieder was gelernt. Ich werde wahnsinnig. Da oben. Ach, da oben versteckst du dich. Hallo, Freunde. Reden. Ich dachte, ich wäre die Letzte hier draußen. Na, dann kommt hoch hier und kämpft an meiner Seite. Heute ist ein ruhmreicher Tag zum Sterben. Wie viele der Kreaturen habt ihr denn getötet? Na, bestimmt keins. Jedes dieser verdammten Dinge, das mir zu nahe gekommen ist. Ein Nord gibt niemals auf. Und ein Nord scheut nie den Kampf. Ich werde weiter kämpfen und meine Axt schwingen, bis mir der Arm abfällt. Und dann finde ich schon einen anderen Weg, um weiter zu kämpfen. Alter, ist die hier ganz schön. Ähm, ja. Die überlebenden Einwohner sammeln sich in der Mühle. Ihr solltet zu ihnen stoßen. Ich habe keine Angst zu sterben, Fremder. Aber wenn es schon so sein soll, dann tue ich es lieber, während ich das Dorf verteidige. Danke für eure Hilfe. Ich freue mich darauf, an der Mühle an eurer Seite zu kämpfen. Ich mich auch. So. Oh, das war jetzt nicht geplant. Okay, aber trotzdem. Wo kommt der Bär denn her? Der böse Bär. Aber wir müssen, wir müssen vorher den, wir müssen aber den hier ausschalten. Das geht von dir anders. Wer hat mir da geholfen? Da hat doch irgendjemand geholfen. So, der Tally Bär ist auch Feierabend mit. So, komm. Zurück zur, ähm, wo war denn das jetzt noch gleich? Guck mal mit der Karte. Wir müssen irgendwo da hinten zurück. Genau. Wir gehen da mal zurück. Das ist da oben. Kommen wir da so hin? Kommen wir hier querfeldeinlauf? Querfeldein. Ja, dann, wir gehen, wo gehen aber die Viecher so ein bisschen. Soweit uns das irgendwie möglich ist. Da müssen wir hin. Da ist sie. Die Mühle. Oh, da ist noch jemand. Na gut, ja, den nehmen wir doch mit. Mein Gott. Oh Mist, jetzt hab ich den auch mal entgenommen. Ach, einmal zweit geblitzt. Geblitztdings. Wir haben geblitztdings verkehrt. So. Okay. Gehen wir mit. Was bist du für einer? Sieben da. Okay. Wir müssen da vorne rein und dann mal sprechen mit dem Verein. War das hier drin? Ja, klar. So. Wir haben alle zusammen. Ich habe getan, was ich konnte. Die restlichen Feuer sollten bald von allein aus gehen. Ihr habt getan, was ihr konntet. Genau. Doch die Wut des Waldes hat dieses Dorf verwüstet. Es ist gewiss schrecklich. Doch ein kleiner Teil von mir ist dankbar, dass diese Segen schweigen werden. Meine Schwestern und ich sollten in der Lage sein, alle in Sicherheit zu bringen. Aber wir brauchen eure Hilfe, damit es funktioniert. Also wisst ihr, warum der Wald so feindselig geworden ist? Liegt das nicht auf der Hand? Die Bewohner der Stadt des Steins sind dafür verantwortlich. Sie haben keinen Respekt vor der Natur. Die Natur lässt sich nur bis zu einem gewissen Grad beugen, bis sie zu leiden beginnt. Dann fordert sie ihr Recht wieder ein. Die Natur setzt sich am Ende immer durch. Deshalb sind die Ranken aufgetaucht. Gut. Die Ranken können werden. So. Okay. Super. Dann gehen wir mal raus hier. Was ist denn da noch? Da ist nichts mehr, ne? Der Vater soll man da hin. Helene. Haben wir das nicht schon gemacht? Wo kann die denn sein? Ist die auf der anderen Seite oder was? Das ist sie nicht, ne? Nee. Hm. Was ist die denn auf der... Mal sehen. Müssen sie mal suchen vielleicht. Gut, okay. Ähm. Da müssen wir wohl durch. War ich das? So. Den haben wir auch raus gelöscht. Ähm. Die Frage ist nur, wo finden wir die denn jetzt? Ja, ja. Ich weiß nicht. Die machen wir auch nochmal weg. So. Wo ist sie denn? Laut Anzeigen muss sie doch hier... Hm. Wo kann sie denn sein? Sie sagt mir, laut Anzeigen muss ich hier lenzen. Da vorne ist sie. Ach so. Auf der kleinen Insel. Na. Hallo. Der Geisteswirt weint, da etwas seine Kinder in den Wahnsinn treibt. Ich sorge mich um die Unschuldigen in diesem Dorf. Was ist hier los? Der Wald ist in Aufruhr. Hass erfüllt. Wir wollten ihn so besänftigen, wie wir es auch sonst immer getan haben. Aber unsere Magie hat versagt. Noch nie haben die Elementargeister sich geweigert, auf unsere Rufe zu antworten. Das Gras, die Bäume und selbst die Erde. Sie sterben. Oh mein Gott. Was können wir denn tun? Für den Augenblick ist es unsere Aufgabe, die Einwohner vor diesen Kreaturen zu beschützen. Ich könnte einen einfachen Schutzzauber erstellen, um die Mühle zu beschützen. Aber wir sind im Wirtbaum fern. Ich werde einen Fokus benötigen. Ich werde helfen. Was braucht ihr denn von mir? Nehmt diese Kreatur, geboren aus und an die Essenz von Aetherius gebunden. Lasst sie euch zu dem führen, was ihr benötigt. Hoffentlich wird sie genug finden, um den Schutzzauber zu errichten. Das hoffe ich auch. Was ist denn der Wirt? Der Wirtbaum ist der Geist, der diesem Land Leben schenkt. Meine Schwestern und ich sind der Beldammerwirt. Wir dienen dem Wirtbaum. Wir kamen hierher, um herauszufinden, warum dieser Teil des Waldes von solchen Zorn geplagt wird. Habt ihr denn etwas herausgefunden? Nein, und das bereitet mir Sorgen. Der Wald spricht nicht mehr mit uns. Wir spürten, dass etwas im Argen liegt und sind deswegen hierher gekommen. Aber abgesehen davon sind wir völlig ratlos, wie man die Dinge wieder richten könnte. Och meine Güte, was werdet ihr mit den Zutaten denn machen, so nebenbei? Lasst diesen Fackelkäfer fliegen, wohin er will. Lasst ihn euch zur Essenz von Ätherios führen. Er wird die reinste Erde finden und hervorbringen, was ich für meinen Fokus benötige. Sehr gut, das werden wir doch machen. Wo ist denn der kleine Fackelkäfer? Hallo, wo bist du denn? Ach so, da sind wir. Alles klar, gut, das werden wir machen. So, dann machen wir es mal auf den Weg dahin. Muss da oben ja irgendwo sein. Ist natürlich mittendurch, ne? Klar. Dann haben wir unseren Knecht noch da. Klar, kann man. Alles gut. Gut, leider, ne. Jetzt aber. Vor allem jetzt. Was ist das dabei? Oh, die, da war es des Lebens. Oh, ein bisschen Klamotte. Da oben müssen wir hin. Wenn wir den hier nebenbei nochmal ausklösen. Der hat nicht so viel rum ist, das Teil. Ich muss vielleicht nochmal meine Zauberkräfte ein bisschen ordnen. Ich weiß nicht, ein bisschen hin und her drehen. Man kann auch ein bisschen... Ich weiß gar nicht, Fackelkäfer das benutzen. Benutzen wir den mal. Oh, was machst du mit dir? Witzel. Ich muss die Kombination so ein bisschen... So. Wir nutzen mal den Fackelkäfer. Mach mal. Zeig uns mal den, wie ich da hinbekommen bin. Der bringt das natürlich mitten durch den Verein hier. Ach so. So läuft der Hase. Aha. So bist du. Da bist du. Aha. Essenz. Nehmen wir. So. Die haben wir jetzt genommen. Jetzt müssen wir da rüber. Auf die andere Seite. Da drüben ist noch was. Ich muss meine Zauberkräfte ein bisschen hin und her switchen mit. Ach so. Ein bisschen kombinieren das Ganze. Zack. Ach so geht der Hase. Alles klar. Wissen wir das auch. Aha. Da liegt eine Kuh. Glaube ich doch, ne? Oder? Ein Pferd. Ach, die beiden machen uns das auch mal. Ja, ja. Na, ach, das geht gar nicht. So, der ist weg. So, du nochmal. Und der Sonne hier muss mir das kein Ärger machen. Sonst fehlt ein bisschen Energie. Schade, jetzt habe ich nicht genug Power. Und dahin ist noch immer. So ist das genau. Haha. Nicht schlecht. Auch was gelernt. So, pass mal auf. Faggelkäfer. Erzähl. Zeig mir den Weg. Ja, der Faggelkäfer ist gleich wieder weg. Richtig. Da brauchen wir genug. Da ist noch was. Hallo. Das Faggelkäfer sammeln wir nach nebenbei mal auf. Ruhmstein. Mitnehmen. So, Freund. Du bist auch gleich weg. So, Britze. So geht der Hase. Also, das ist was wesentlich einfacher. Faggelkäfer benutzen. Zeig mir mal den Weg. Das kann doch nicht so weit sein. Da ist es. Die Essenz. Nehmen wir auch mit. Und das war's? Oder was? Ach, da hinten müssen wir nochmal hin. So, gucken wir nochmal auf die Karte. Gut, die Minikarte, die aktualisiert sich nicht ganz so. Wie es eigentlich sein sollte. Aber naja, gut. Ist denn so. So, die letzte Essenz nehmen wir noch mit. Und die beiden kriegen wir hier nochmal aus. Das Kieler ist weg. Wir haben keinen Helfer mehr. Wir haben keinen Helfer mehr. Viel schlimmer. Wir sollten die immer einsetzen. Ich mach den Helfer. Ich brauch den Helfer. Der ist noch da. Okay. So, das aufweck. Und die wieder. Geht auch mal in die Fenster. So. Alles klar. Meine Güte, was ein Stress hier. So, wo ist denn das? Da unten. Da kommen wir bestimmt hingelaufen. Achtung über die Brücke. Alles klar, über die Brücke. Da vorne ist es. Und da ist ein Anker. Da ganz hinten. Aber da wollen wir nicht hin. Ich möchte noch fix hier vorne den Fangenkäfer benutzen. Zeig uns den Weg, mein Freund. Das muss hier irgendwo sein. Irgendwo hier. So, hier muss es sein. Und da. Die letzte Essenz. Das muss es gewesen sein, oder? Yes. Sprech mit dem. Mit der Dame. Gut, das machen wir mit der Hexe. Wir müssen wieder zurück. Und dann werden wir mit der Hexe sprechen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich sag mal, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Seht ihr alles kurz online wieder. Bis dahin. Ich sag tschau, tschau.